Seht ihr das? Der Shop ist bei mir 0 Euro. Ich muss nichts dafür bezahlen und ich werde euch jetzt zeigen, wie das Ganze funktioniert, Leute. Leute, ich zeige euch in diesem Video, wie ihr kostenlose Gems und Token bekommt. Ihr könnt jetzt oben rechts mal schauen, wie viele Token wir haben und wie viele Gems wir haben. Und das Ganze ist einfach kein Fake. Ihr könnt auch sehen, wir können jeden Special Skin gratis ziehen und es ist wirklich kein Fake, Leute. Ihr seht hier, ich ziehe jeden Special Skin gratis. Du musst nicht mal einen Cent dafür ausgeben, um jeden Special Skin zu bekommen. Das geht auch bei den Legendären. Also du hast erstens jeden Legendären für etwa 0 Euro. Du hast keinen Cent ausgegeben. Du kriegst jeden Gem, jeden Token und jeden Legendären und jeden Special Skin gratis. Ich zeige euch das Ganze heute, Leute. Deswegen schaue ich das Video bis zum Ende, sonst klappt das Ganze nicht. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst ein Like da, Leute. Würde mich echt freuen für die 30.000 Abonnenten. Und dann verpasst du rein gar nichts. Ich würde sagen, let's go. Ihr habt euch bestimmt schon mal gefragt, ey, wie kriege ich Gems und Token? Und ich gebe euch jetzt eine klare Antwort dafür, Leute. Es gibt immer Leute, die faken und so Videos zu und so. Und die wollen euch halt nur abziehen, Leute, ja. Da müsst ihr zum Beispiel auf eine App klicken, müsst euch da anmelden, dann eure Telefonnummer eingeben. Und danach, wenn ihr das gemacht habt, ziehen die euch einfach das Geld aus der Tasche, Leute. Und ich möchte euch halt in diesem Video zeigen, wie das kostenlos funktioniert, Leute. Und dafür gibt es nur eine Variante, Leute, ja. Zum Beispiel, ihr seid jetzt auf YouTube gegangen. Ihr gebt jetzt auf YouTube ein Stumple Guys Gratis Gems Token. Dann findet ihr halt diese Videos. Und diese Videos sind der meiste Scam. Und ich zeige euch in diesem Video, dass das, wie gesagt, kein Scam ist. Weil viele Leute dürfen einfach kein Geld ausgeben in Stumple Guys, was ich eindeutig verstehe. Und viele wollen auch mal einen Special Skin haben oder mal den Stumple Guys Pass haben. Weil ihr seht auch, Leute, nur mit dem Stumple Guys Pass, wenn du den Kaufs kriegst, auch diese Special Emotes. Und ich finde die ja richtig geil. Und also ohne das finde ich das Game an sich geil. Aber das ist auf jeden Fall noch ein Next Level geiler. Und ich will euch das natürlich halt ermöglichen können. Nein, ich bin jetzt rausgeflogen. Ihr wisst ja auch, dass Gems und Token sehr, sehr teuer sind. Also um den Dreh so 3000 Token kriegst du jetzt nicht so einfach auf die Hand genommen. So kosten vielleicht 50 Euro oder so. Also es ist schon echt sehr, sehr teuer. Und es gibt auch so Leute, die halt dann Leute scammen wollen, Leute. Ich will euch auch dafür warnen, dass ihr bitte nicht den Leuten das sofort abkauft. Ja, wenn da viele Leute zum Beispiel Glitches probieren, glaubt es denen nicht, Leute. Es gibt keine Glitches, die funktionieren. Aber ich habe eine Methode, wo es funktioniert, Leute. Das ist jetzt kein, ich bin einfach unter die Map gekommen, kein Glitch. Das hat damit zu tun, Leute. Es ist eine Mod und diese Mod funktioniert auch, Leute. Und das werde ich euch auf jeden Fall heute zeigen, wie das Ganze funktioniert. Es gibt, sagen wir mal, nur eine Methode, Leute. Erstens wäre es die Stumblegeist-Mod, die ich euch auf jeden Fall zeigen werde, Leute. Oder es wäre die Methode, Leute, bei Turnieren mitzumachen, wo Preisgelfer losgeht. Da ist halt das Problem, man weiß nicht, ob die faken, ob die es real machen. Wenn ihr da Leuten vertraut, die Preisgelder real machen, dann könnte man da, wie gesagt, mitmachen. Ich mache auch manchmal Preisgelder-Listreams. Dann müsst ihr einfach die Glocke aktivieren, Leute. Dann könnt ihr auch ein bisschen Cash gewinnen, Leute. Und an sich, Leute, sage ich euch so, wie es ist, es gibt leider keinen Free-Pass. In Fortnite war es ja damals so, wenn man lange spielt, kriegt man immer V-Bucks. Es ist eine geile Sache, so man könnte theoretisch auch, ohne irgendwas zu machen, den Pass bekommen. Wir gucken uns das natürlich dann nach den Runden an. Wir müssen jetzt irgendwie wieder versuchen, hier hochzukommen, Leute. Ich schaffe es einfach nicht, nach hochzukommen hier. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Let's go. Jetzt bin ich ins Ziel rein. Let's go, Digga. Okay, Fußball. Beim Fußball müssen wir gucken, dass das Team gut ist. Weil wenn das Team nicht gut ist, hast du halt auch verloren, würde ich jetzt mal an der Stelle sagen. Es ist halt so, Leute. Wenn ihr, jetzt sagen wir mal, Free-to-Play seid. Es gibt ja jeden Tag, oder zumindest jeden zweiten Tag, jeden ersten Tag, immer Glücksräder. Drei Glücksräder, zwei, eins, auf jeden Fall maximal drei, die ihr gratis freischalten könnt. Und bei diesen Glücksrädern könnt ihr legendären ziehen, epischen, gewöhnlichen, ungewöhnlichen. Und seltenen. Keinen Special Skin. Die Special Skin kriegt ihr nur bei diesen Token. Man muss halt bezahlen. Das ist das einzige Problem. Aber der Vorteil ist halt, wenn du jeden Tag wirklich diese Glücksräder drehst, siehst du manchmal Token oder Gems. Weil in den Glücksrädern sind auch Gems drin oder Token in diesen kostenlosen Glücksrädern. Es ist schon mal ein Vorteil, Leute. Und dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal abholen, wenn ihr es halt aktiv spielt. Wenn ihr jetzt so seid, wenn ihr jetzt kein aktiver Stumplegeist-Spieler seid, ist das natürlich was anderes. Aber wenn ihr halt kurz mal reinschaut, kurz euch das abholt, dann seid ihr schon weit im Weg voraus, den Stumplegeist-Pass kostenlos zu bekommen und einen Token-Spin zu bekommen. Das ist natürlich, dauert sehr lange, ja, aber funktioniert, Leute. Aber ich gebe euch auf jeden Fall einen Tipp, wie das Ganze schneller funktioniert und wie ihr nach ein paar Sekunden das Ganze schon machen könnt, Leute. Und das ist ganz leicht. Es ist kein Virus. Du kannst nicht gebannt werden, Leute. Viele denken immer, es wäre ein Virus und man kann gebannt werden. Nee, Leute, ich habe es ja selber. Und ich meine, es funktioniert, Leute. Mehrere Leute haben das auch schon getestet und gemacht. Und es klappt auch, Leute, ja. Wie gesagt, ich will hier keinen Scammin oder so, Leute. Das ist nicht mein Ziel, Leute. Ich meine, ich habe nichts davon, Leute. Außerdem, ich werde es auch nicht machen, Leute. Hatte ich noch nie vor. Auf jeden Fall, ich kann euch mal kurz zeigen. Ich habe jeden Special-Skin, jeden legendären Skin. Ich habe dafür auch mehrere hunderte Euro ausgegeben, aber das hätte ich nicht machen sollen. Denn das hätte ich alles kostenlos bekommen können. Leute, ihr seht jeden Special-Skin. Wie gesagt, ich will euch hier nicht verarschen oder so. Jeden Skin. Selten und alle. Angewöhnlich habe ich halt nicht alle. Weil, wie gesagt, die habe ich nicht gespinnt, Leute. Und ihr denkt es auch schon, Junge, warum hast du so viele Token-Champs? Ja, Leute, das habe ich nicht aufgeladen, auf keinen Fall. Und zwar, das habe ich hier alles kostenlos zu bekommen. Und ihr seht ja auch, Leute, wenn ihr diese Spins kostenlos abholt. Hier, ihr könnt Stumble-Token ziehen. Jouwelen, 45 Prozent, Token 31, Skin 24. Also ist die Chance schon mal hoch. Und wenn ihr jetzt mal spinnen, gucken wir mal, was sie ziehen können. Und ich bin gespannt und wenn du das jeden Tag machst, hast du irgendwann einen Stumble-Pass natürlich. So, wir ziehen jetzt und... Oh, wir ziehen ja den gewöhnlich. Aber da waren 75 Token. Also wenn du halt Glück hast, kannst du dann direkt zweimal episch spinnen. Und da ziehst du halt auch einen Special-Skin. Und das ziehst du nur bei diesen epischen, nicht bei denen. Das habe ich auch gedacht, da ziehst du nur legendär. Da gibt es halt keine Special-Spins. Wir gucken auch mal jetzt beim Stumble-Pass. Und zwar beim Stumble-Pass seht ihr auch, die kostenlose Variante, Leute, ist unten. Und hier kriegst du auch Gems, 50 Gems, 10 Gems. Dann kriegst du hier noch andere Spins. Hier nochmal 50 Gems, nochmal 10 Token. Und dann nochmal 10 Token, nochmal 50 Gems. Also du kriegst auf jeden Fall viel. Und wenn du halt den gleichen Skin ziehen solltest... Wir gucken jetzt mal, Leute, ich sage euch jetzt mal kurz. Wenn wir jetzt mal den gleichen Skin ziehen, wir spinnen jetzt mal kurz. Und jetzt den gleichen Spin ziehen sollten. Den gleichen Skin. Dann kriegst du auch nochmal Token. Also irgendwann wird sich das ergeben. Und dann hast du auf jeden Fall mal einen Special-Spin. Aber Leute, das ist natürlich Zeit. Ihr seht hier, 15 Token jetzt mit dem epischen. Haben wir bekommen. Das ist die Hälfte von dem epischen. Und wenn wir nochmal einen ziehen können, hätten wir jetzt schon mal einen epischen Spin. Aber Leute, ihr seht hier, ich kann jeden Special-Skin ziehen. Jeden legendären Skin ziehen. Und wenn ihr das wissen wollt, Leute. Und der Shop ist bei mir ab 0 Euro. Seht ihr das? Der Shop ist bei mir 0 Euro. Ich muss nichts dafür bezahlen. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie das Ganze funktioniert, Leute. Und ihr jeden Special-Skin ziehen könnt. Jeden legendären Skin ziehen könnt. Das ist einfach die neue Meta. Ihr kennt ja Leute, viele Leute machen ja auch nur Blockdash. Und machen precis und das. Und das hat auch was damit zu tun, Leute. Und zwar, Leute. Ganz, ganz einfach. Ihr seht hier, wir können jeden Special-Skin, jeden gratis. Ich habe dafür einfach mehrere hunderte Euro ausgeben. Und ich bin zu dumm. Und ich will euch einfach dann zeigen, dass ihr es auch nicht machen müsst. Dass ihr nicht Geld ausgeben müsst dafür. Ich kriege alles kostenlos, Leute. Und wenn ihr wisst, wie das geht. Dann abonniert den Kanal. Lasst ein Like. Da aktiviert die Glocke, Leute. Und ganz, ganz einfach, Leute. Ich werde euch jetzt zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und ihr auch machen könnt, Leute. Und zwar, Leute. Ich werde jetzt in meinen Abspann und oben rechts in der Infokarte das Video verlinken. Da habe ich euch erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und ihr jeden Special-Skin ziehen könnt. Und jeden legendären Unendlich-Token, Unendlich-Gems bekommt, Leute. Und das ist einfach zu krank, Leute. Und dann könnt ihr das Ganze auch nachmachen in meinem Video. Und das ist einfach die neue Meta. Gönnt euch, Leute. Let's go. Wenn ihr Fragen habt, Leute. Dann stellt sie gerne in die Kommentare rein. Gönnt euch das Tutorial-Video auch nochmal in den Abspann verlinkt, Leute. Und da habe ich euch erklärt, wie das funktioniert. Haut rein. Euer Funkel. Bye, bye.